So, meine lieben Turtel-Täubchen, es geht sehr wahrscheinlich in die letzte Nebenquest-Folge von Tales of Berseria. Ich habe auf Screen eine Stätte noch einmal durchforstet und ich habe gar nichts gefunden, außer in Katz-Corner ist da irgendjemand noch, also der, der, der Turtels. Und den gehen wir jetzt gerade besuchen. Ich wollte eigentlich mit dem Schiff hinfahren, aber mit dem Schiff kommt man nicht da hin, auf die Katz-Insel, Katz-Corner-Insel. Jetzt ist mir aber aufgefallen, es könnte ein bisschen teleportieren, aber wenn wir schon hier sind, dann können wir auch schon zu der Katze. Vielleicht sagt sie ja irgendwas, nein, sie sagt nichts mehr dazu. Oh mein Gott. Hier gibt es ja, gibt es mächtig? Ach so, nö. Die sind ja schon immer hier. So, wir machen noch schön die Kiste auf. Ein Mithril-Fragment nehmen wir gerne mit. Ähm, kann ich vielleicht noch... Ah, danke. Wir kaufen nämlich noch etwas Kleines ein. Und zwar haben wir alles, haben wir alles. Äh, Ausrüstung. Adamantin-Puppe. Ne, Moment. Ja, habe ich schon. Ähm, Adamantin-Beutel, Topaz mit Mithril, Mithril-Weste. Boah, Mithril-Montur. Flügelring. Boah. Also, Adamantin-Zeug ist halt das Stärkste, was man haben kann, bevor man ins Lügenplatz kommt. Aber das habe ich euch schon ja einmal gesagt. So, das komische ist, ich komme hier nicht vorbei. Oh je, ein Turtle ist wie gebrochen im Herzen, schlägt ein neues, totes Kapitel deiner Lebensgeschichte auf. Ich will deine Zeit, deine Jugend, die er nie zurückbekommt, wie ich ihn beneide. Ja, ich würde gerne hier durch. Lass mich passieren, ich bin der Landwog. Ach so, da oben ist er ja schon. Der sitzt ja hier. Und bommelt mit der Beene, ne? Oh, also, ich hatte mir schon, ich habe mir schon gedacht, hier passiert doch irgendetwas mit deinen Turtles, denn das war auch bei Tales of Cysteria so. Aber auf der Norman-Insel und nicht auf der Katz-Insel. Also auf Katz-Corner. Also auf Katz-Insel und nicht auf der Katz-Insel. Also auf Katz-Insel und nicht auf der Katz-Insel. Also auf Katz-Insel. Ich habe mich in der Arbeit gearbeitet, und habe mich für eine große Bedeutung gemacht. Ich sage mal wieder einmal. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe mich wieder zurückgebracht. Ich habe mich so sehr, dass es ein Whiteer war. Aber ich habe nur noch einen Schäu-Kamen. Nein! Ich bin jetzt ein Dark Kamen! Oh mein Gott, die Soja-Finsternis greift an. Oh, also der kleine Bursche, da tut mir schon ein bisschen leid. Ich meine, bei Tales of the Sairer war das jetzt nicht... Uh, er ist auf Stufe 88, das ist auch normal. Ist das normal? Oh mein Gott. Das könnte noch ein sehr schwieriger Kampf sein. Obwohl er sanfällig auf Kriegsart ist, das ist sehr gut und geliebend für mich und Feuer und Wasser. Schauen wir mal, was wir so haben. Ah, wir nehmen mal hier Feuer und... Moment, nein, äh, doch. Warum habe ich hier... Tu mal lang, Rübser. Okay, Moment, ähm, Feuer und Wasser, dann werde ich den mal hier wegnehmen. Wo haben wir Feuerzeug? Doppelpeitsche. Und dann haben wir die Doppelpeitsche. Nein, äh, 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 Wasserschlangen, irgendetwas, äh, Schlangenwelle, so, Moment, was haben wir hier? Himmelszorn würde ich jetzt nicht gern zu sagen. So, wir nehmen das hier noch mit und das hier, das klingt doch gut. So, schauen wir mal, ich habe zwei Esserpunkte, das ist nicht allzu praktisch, aber jetzt habe ich drei. Und die anderen, was sieht das bei denen aus? Was, 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 das ist alles ganz in Ordnung und so. Also, der, der, der kann mir schon weh tut, habe ich das Gefühl. Und ich habe auch das Gefühl, dass er mir keine Punkte zurückgibt. Hör, du kleiner, mieser Peter. Du Säu-Soßen-Fenster des Turtles à la Kazam. Boah, so, habe ich doch etwas gelaufen. Sehr schön, aber was soll man? So kommen wir auch mehr auf die Vieresserpunkte. Oh, bist du paralysiert? Oh, das tut mir aber leid. Nein, ich habe mir schon gedacht, ich hätte jetzt schon wieder einen Punkt weggenommen. Oh nein, der ist nämlich doch hier. Dafür, oh. Oh, ich habe, ich habe schnell geblockt. Jedenwie, au, au, nein, hör auf. Oh, es ist Kombo-Time. Oh, 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 lass meinen kleinen Racken in Ruhe, bitte. Und die mit dir. So, Moment. Wir haben einfach Punkte aufgeserven. Jetzt aber, jetzt gleich. Ich wäre nur stumm. Ach, Mist. Oh, Tötsens, ich ja. Äh, sagt mir jetzt aber nichts, sie ist tot, ne? Finale Zornklinge. Nein, sie lebt. Doch, hör auf. Nein, Heilung. Äh, hat mich jemand? Äh, ich brauche eine grobe Heilung. So, nehmen wir den. Wie zum Teufel kommt der so schnell auf diese Punkte. Das dürfen wir nicht auch haben. Moment. Das war der, der ist, der ist ekelhaft. So, jetzt aber. Ach man, hör auf. Hör auf damit. Das gefällt mir nicht. Du warst, will doch nur endlich mal ein Zeug hier durchbringen. Mann. Oh, noch viel. Jetzt. Tänke ich in der Pampa. Äh, jetzt hat es viel. Aber, ich glaube nicht, dass es kommt. Oh, das Kampo ist noch dabei. Ja, das gibt jetzt damage, mein kleiner Freund. Oder auch nicht. Ich hätte gedacht, was macht mehr? Aua. Moment. Warum hab ich so viele Punkte? Freu. Ah, oben. Hab ich so viele Punkte. Das finde ich gut. Oh mein Gott. So viele Augenwürfe auf ein. Hör auf. Hör auf. Ich hasse Kombo-Tag. Das Kombo-Tag. Ich hate ihn. Nee, so. Aber auch er kann. Seine Ausgabe verlieren kann man so sehr schön sagen. Autsch. Nein. Debenübs. So, ich konnte abwählen, glaube ich. Ja, und wie? Habe ich ihn jetzt unterbrochen hier noch nicht? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe irgendwas getan. Und das gefällt mir, was ich getan habe. Oh mein Gott. Ich bin wieder bei der Richtigkeit. Gut. Obwohl ich heute arbeiten muss. Und heute ist Samstag. Aber, ja, es ist nicht gut. Es ist besser. Aber, ja. Power-Treffer. Oh mein Gott. Meine Kombo-Tag. Reisen gerade aber zu sehen. Ihr Deutsch-Mords. Oh Gott. Aber wo mystische Arte ist? Ich habe jetzt gerade zwei mystische Arte. Und das dritte mystische Arte bekommt man, glaube ich, nur... Oh, New Game Plus. Meinen Sie? Also, wir müssen da an einen Ort gehen, wo ich irgendwie hinkomme. Und deswegen kretze ich mal. Es ist New Game Plus. So. Und das gefällt mir nicht, das New Game Plus. So. Was mir auch nicht so gefällt, ist, dass ich keine Punkte mehr habe. Nur mit dies und... Geben wir mal zurück. Oh, ganz gut. Oh, Geicher lieber. Nein. Hat das sich schon wieder geändert? Nein. Hat er seine Sojasauce verloren? Oh, ganz gut. Oh, ganz gut. Oh, ganz gut. Das war's für heute. ... Der Kame-Nin-San, ich möchte nicht mehr, wenn ich mich nicht verletzen will, wenn ich mich nicht verletzen will, dann wird morgen kommen! Wenn ich mich nicht verletzen kann, dann wird es schwer. Wenn ich mich nicht verletzen will, dann wird der Kame-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin! Der Kame-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin. Und dann möchte ich diesen Side-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin! Miri-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin- весь joust mit einem Urlaub! Miri-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin, in jedemотри-Nin-Nin-Nin-Nin-Nin! convey ich mich nicht sicher und Hunger für deine Ans gegenüber Work lehrer Ja, da be ist's... Ich bin nur 999-jährig. Das ist eine Waffe, aber ich kann es nicht so sagen, dass ich den Kasten. Ich kann es nicht so sagen, dass ich mich nicht so sagen, dass ich den Kasten nicht so sagen. Es ist ein Tipp, das man sich für die Welt zu beherrschen. Das ist ein Tipp, der Großartig ist, dass ich mich nicht so sagen, dass ich mich nicht so sagen würde. Ich werde mich nicht mehr aufwachen. Oh, wie schon so vor wie früher, der Zeit zu leben, die Zeit zu leben. Ich werde mich nur sagen. Ich bin mir ein bisschen. Ich werde dich nicht mehr aufwachen. Ich werde dich allein aufwachen. Ich werde dich nicht mehr aufwachen. Ich werde dich nicht mehr aufwachen. Ja, 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 ja. Was war das? Dämo in der Fensternis. Was war das? Warum machen sie das? Ich bin doch kein Kind. So viel zum Knuddeln. So viel an der Seite. Für jene, die wissen, was Valkines Krias sind. Oh, hat gegessen. Hat ein neues Kochlevel erreicht? Oh mein Gott, ich bin gut. So, jetzt ist das Problem. Ich war so gut, dass ich noch Zeit habe, aber nicht in die Hauptquest zurückgehen will. Das nervt. Moment, aber wir haben nichts mehr zu machen. Und es ist eine sehr kurze Folge, würde ich sagen. Das ist schade. Moment. Moment. Vielleicht werden wir ja schon nochmal ein bisschen anfangen. Es ist ja nicht so, als würde man irgendetwas verpassen ganz am Anfang. Aber das Problem ist, ich muss zuerst mal finden, wo ich überhaupt hingehen soll. Oder muss. Moment. Das ist so ein Teil. Dann ist er, glaube ich, gar ein zweiter Pyrische Thron. Hier. Dann könnten... Oh, was ist das schon wieder für eine Stadt? We need nine. Sexon... Ah, der Sexonhafen. Äh... Osteingang. Ich glaube, das ist richtig. Und? Und? Jawohl, ich bin richtig hier. Man, bin ich gut. Das gefällt mir. Das Problem ist einfach, dass ich gerade falsch laufe. Also fahre. Oder düse. Ich bin nicht... Fliegen? Schweben? Ist das fliegen oder schweben? Ich glaube, schweben. So, ich würde sagen, wir machen ein bisschen mit der Story weiter. Gefällt mir aber irgendwie nicht ganz. Ah, wisst ihr was? Das ist mein LP. So, wir machen nun... Verdammt. Ähm. Mir gefällt es nicht. Äh. Wir wissen, die. Ja, okay. Wir können... Mist, verdammt. Ich habe vergessen, dass die Pfeil wieder stark sind. Nimm mal die. So. Nimm mal die. Nimm mal die. So. Nimm mal die. Und das und boom und blööööö. Okay, ich habe herausgefunden, wie ich jetzt ganz, ganz, ganz einfach hinkriege, diese mystische Art und irgendwie umzuklappen. So, Moment, bevor er stirbt, will ich meine... Seele noch... ...ausbrauche. So, danke. So, und... ...tönt Micro. Wie viele Punkte gibt denn die überhaupt? 1390-50? Ich glaube... Stille doch ist abgeschlossen. abgeschlossen ich glaube ich muss das noch mal ändern was so warum zum teufel habe ich da oben wieso ach so moment das kommt immer nachsehen da oben sollte eigentlich der turtles sein ist aber nicht mehr da gewesen und dann war ja die katz da und könnt ihr sagen dass sie uns eben etwas erzählt und es könnte auch gut für mich sein wenn ich hier unten noch ein bisschen trainieren auf eine art und weise okay das sind lampen okay hätte gedacht das wäre irgendwas anderes aber es sind lampen da oben haben wir ja die mutter von 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 kürger getötet denn wir waren böser junge wo ist er denn ach so okay die katze sind die katze ist im haus okay passiert irgendwie nicht allzu viel aber wir haben ein traumschilie geboren wieso zum teufel habe ich keine mehr gehabt ich bin doch beim kaufen ja ich habe zu wenig geld nee das wusste ich ja aber warum hatte ich keine mehr habe ich habe doch ach scheiß egal wir nehmen die innerflaschen und pullern sie nur auf und dann sollte es das glaube ich eigentlich schon mal gewesen sein was man hier machen kann und ihr wollt ich könnte ich würde sagen wir machen beim nächsten mal weiter ist zwar eine kurze folge gewesen aber wenn ich sagen wir sozusagen eine eine geschichte fertig abgeschlossen das gefällt mir auch so wie es ist werde offscreen gleich mal schauen ob ich hier vielleicht noch meine ausrüstung ein bisschen aufwerfen kann und wenn wir uns wieder sehen und zwar vorne bei der treppe ich hätte gedacht kommen mehr gegner aber egal vorne bei der treppe sehen wir uns dann wieder wo es dann weiter geht's richtung lafizet also in nominati oder hätte ich da oben vielleicht noch was ansehen können ja also bis zum nächsten mal ciao